Salzgott und MyConsult passt wunderbar zueinander, weil Salzgott noch vom Mittelstand geprägt ist. Und so ist MyConsult nicht nur unternehmerisch aktiv in Salzgott, sondern engagiert sich insbesondere auch für die Gesellschaft. Mich begeistert ein gesamtes Team von MyConsult, dass man offen und mit einer angenehmen Direktheit an die Sache rangeht. Dinge auf sympathische Art und Weise auf den Punkt bringt, die Strukturiertheit bei der Analyse, aber gleichzeitig auch der Pragmatismus bei der Lösungsfindung.